Ich hab mir eigentlich gedacht, lass uns doch noch irgendeinen Spielmodus zocken, aber wir kommen ja nicht mehr weg. Wir kommen wirklich, wir kommen einfach nicht mehr raus. Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zu der mittlerweile, was ist das, 48. Folge? 48! Wacka, Star Trek Review mit Alex. Guten Tag, guten Tag. Hi, hallo. Ja, wir haben einen Server rausgesucht, ich bin noch ein wenig angeschlagen und gucken einfach mal. Wir gehen mal drauf, ne? Oh, ja. Das hat gerade sehr lange gedauert, bis ich drauf war. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Loggen. Also, ich bin drauf. Okay, jetzt bin ich auch drauf. Aber warte, ich mach mal den Schade herein. Okay. Irgendwie legt die Lobby bei mir. Irgendwie sieht es genauso aus wie auf Hive. Über Hive, ja. Das ist ja komisch. Haben die vielleicht auch beim Teleporter alles von High? Ne, die gehen nicht mehr. Boah, die haben Leben, Alter. Lass mal leben. Warte, warte, warte. Okay, warte, gibt's Warps? Die haben wir im Kompass, halt. Nein. Ja, also nur mit dem Kompass. Moment, Bücherei. Ich möchte in die Bücherei. Ja, wir können leben. Okay. Was heißen denn? Oh, meine Dings sind weg. Oh, hier ist creative, lol. Yay, kaputt machen. Ne, geht glaube ich nicht. Ne. Hä? Voll dumm. Voll gut. Was steht denn da auf den Schildern? Da viel Regeln. Null, null, null. Das Prüferien. Dachgeschoss nur gegenüber Befugten. Was? Öffnungszeiten. Morgen geschlossen abends. Morgen geschlossen abends. Hä? Hä? Was? Achso. Rassi. 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 Rassistisch. Was? Gangnam Update. Ja, neues Level 100. Inhalte sind unterlassen. Bei Abgabe eines Buches nicht immer nach dem Stande fragen. Hä? Das Belästige von Bücherei besonnen uns unterlassen. Schade. Das Fragen nach Rechten ist untersagt. Die Anweisung der Befugten ist zu befolgen. Oha. Das Klauen von Büchern. Was für Bücher denn? Hier. Kriegen 0, 0, 0. Sein 0, 0, 0. Bücherei an. 0, 0, 0. Hä? Jo, Bücherei. Da steht Bücherei 0, 0. Okay. Die Bücherei schreibt man rum. Uuuu. Okay. Ach, hier kann man... Nee. Weizer Käse. Oh, Buch ist weg. Alles, alles... Das Internet. Check's nicht. TNT. Autor. Tern. 96, 0, 0. Hä? Hier oben gibt's noch mehr Bücher. Ich glaube, es war geplant, dass, wenn man auf diesen Knopf drückt... ...ein Buch bekommen. Genau. Aber irgendwie sind sie alle leer. Oh, ich kann fliegen. Ach ja. Zeig, wer du bist. Oh, ich kann fliegen. Boah, jetzt eines der schönsten GS im Free Build. Ja. Okay, wir zeigen jetzt, wer wir sind. Ich möchte... Was? Hä? Was soll das denn hier? Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Wir haben keinen Kompass mehr. Stimmt. Ach nee. Lol, man kann's nicht spawnen. Echt nicht? Nein. Ah, es nicht Lobby geht. Interessant. Man muss einfach tausend Befehle ausprobieren, bis man irgendwo wegkommt. Ja, das ist gut. Das macht Spaß und ist fair. Ja, wo bist du denn? Warum steht ein... Ich bin jetzt in einer Lodge. Lol, hier ist einfach so ein Kasten. Hä? Warte, ich... Bist du noch bei der Bücherei, oder was? Ja, ich bin ein Stück weiter geflogen. Zu den Grundstücken. Was ist... Hä? Welche Richtung bist du geflogen? Äh, wenn du vor der Bücherei stehst... Ja, nach links... Also, was ist denn das? Schräg links. Also, wenn du nicht zur Bücherei guckst, sondern von der Bücherei weg. Dann siehst du so einen riesen Kasten. Hier müsstest du eigentlich direkt sehen. Hä, was ist das hier? Achso, dieses gelbe. Ja, ja. Ja, da bin ich jetzt auch. Hä? Da bist du. Ich seh dich. Hallo. Was ist das? Ich hoffe, dass dieser Typ das nicht mit Hand gebaut hat, ansonsten er sehr, sehr viel Zeit hat. Das kann aber ehrlich sein. Glaube ich nicht. Alter, das ist so nice hier. Ich würd hier auch wohnen wollen. Boah, lass uns hier so rumsteigen. Oh, ein Schild, ein Schild, ein Schild. Was steht da? Wir mussten dein GS kreieren und erlaubt sein. Da du U003E unerlaubte Sachen drauf gebaut hattest, null. Toll. Das sieht nice aus. Okay, äh... Aber wir können jetzt einen VIP-Rang holen. Wo müssen wir in den Lobby, ne? Lobby. Äh, ich möchte... Wo kann ich mir einen VIP-Rang holen? YouTube! Dieser Tag ist YouTube. Ja, das sind wir! Yeah. Yeah. YouTuber-Rang gibt es ab 200 Abonnenten. Und einer Server-Vorstellung. Geil, also können wir YouTuber noch haben. Hä, machen wir doch, ja, machen wir doch gerade. Ich will sie mal. Wenn ihr dies erfüllen solltet, wendet euch in Skype bei... Bei... Miniplex... Miniplex... LPs... Miniplex... Miniplex-LPs. Ach du Scheiße. Guck mal, vor allem dieser Alert finde ich sehr krass. Da steht einfach nur der Name des Servers. Wo, was? Jetzt im Chat. Was? Ja! Das ist sehr schön gemacht, besonders YouTuber. Das sieht das bestimmt an hier. Boah, ich werde da hingehen. Settings, Jump Pads. Achso, man kann die anmachen. Okay, jetzt sind die an bei mir. Äh, wo? Achso. Ach, die gehen sogar. Lol. Man muss... Man könnte sie sogar ausmachen. Das ist sogar ein Feature. Was für die... So, man kann einen Doppelsprung machen. Echt? Nee. Ja, auch bei Settings anmachen. Achso. Ah, Moment. Das war like Kangaroo in Endergames. Ja, es soll... Okay, da muss man ja den Server mal sagen. Ja, ein geklautes Plug-in, was funktioniert, ja. Ja. Das ist nice. Information. Oh, das Informationsbuch ist krass. Inwelle... Abstimmung. Ich gehe zur Abstimmung. Was kann man denn abstimmen? Keine Ahnung. Aber man kann sich auch bewerben. Geh auf die Druckplatte, um zur Abstimmung zu gelangen. Ja. Geh mal runter, du bist zu fett dafür. Siehst du den Link in der Konsole? Nee, der ist nur für mich, ne? Ja. Ah, lass mal abstimmen. Nein. Geh mal drauf. Welche Farbe soll der Admin-Rang als nächstes ab dem Chat haben, Alter? Dunkelrot oder Hellrot? Das sind Dinge, die bewegen die Welt. Dunkelrot, Alter. Dunkelrot. Nein, sagt... Oh, ja, ich sag auch Dunkelrot. Schreibt es in die Kommentare, welche Farbe seid ihr. Also, es haben bisher 26 Leute abgestimmt. 16 für Dunkelrot und 10 für Hellrot. Oh, man kann hier raus. Lol, man kann... Man kann aus dem Lobby raus. Oh, ich bin tot. Hä, wie blöd ist das denn? Man macht das doch so, dass man nicht rauskommt, oder? Hä, wo kann man denn hier raus? Zeig mal. Ja, du musst irgendwie... Ah, das ist jetzt ein bisschen schwer von hier. Oh, ich werde die ganze Zeit zurückgebugt. Du musst einfach nur hier... Fuck. Also, ich habe es gerade mit der Druckplatte geschafft. Oh. Dann lass mir eine Druckplatte vorgehen. Aber ich weiß nicht. Ja, so. Und dann so hier rüber. Und dann hier drauf. Okay, ich bin einfach so blöd dafür. Und dann hier drauf. Siehst du mich? Siehst du mich? Ja. Ja, ja, ja. So. Guck. Ich schaff's nicht. Ja, ja. Oh, nicht so doof. Hab geguckt. Und jetzt fliege ich runter. Huuuuh. Huuuuh. Hätt die ganze Zeit zurückgebugt. Das geht mir auch so. Das macht Spaß. Oh. Es gab doch noch mehr beim Kompass. Ah, jetzt hab ich's gemacht. Cool. Bewerbung. Bewerbung. Nein. Ich geh zur Bewerbung. Okay, lass uns bewerben, Alter. Okay. Äh... Okay, super Seite auf jeden Fall. Okay. Kann man hier fliegen? Nein. Was kann man hier machen? Was ist das für ein Kasten? Was bauen die hier? Oh, Pyramide, Alter. Ist irgendwas... Hier ist ein Adventure... Nee, das ist das Team. Ah, hier ist der Admin. Ah, das ist das Serverteam? Okay. Supporter. Guckt mal. Apfel-Eimer. Apfel-Eimer-LP. Das ist der beste Name der Welt. Also, mein Name ist ja auch schon behindert, aber der ist noch schlimmer. Apfel-Eimer. Ja. Ja, Bowbash, Bad Wars, Gunning, Hub. Oh, Hub ist nice. Hub? Vor allen Dingen, weil man den Kompass nur hier benutzen kann. Community. Ich geh mal zur Community. Ja, einfach wieder hier zum Spawn. Wow. Ja. Wow, easy. Null, null, null. Okay, die Wab-Schilder funktionieren nicht. Sehr nice. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ey, das sieht überhaupt nicht aus wie Community. Ey, wo bist du denn hin? Zu Community. Community. Ah. Das sieht ja... Nee. Ich habe gehört, Community hat von hier geklaut, einfach. Ja. So ist das. Genau. Sorry, but you can't use it. Toi. Aber ich möchte gerne Screenshots machen. Oh, Gott. Hä? Loih, wie kann man so viel klauen, einfach? Können wir auf die Bühne? Ich will mal auf die Bühne gehen. Einmal willst du auf die Bühne. Funktioniert das? Ja, aber wahrscheinlich nur Jutje Wasser. Wow, das haben die sogar geschafft einzustellen, Alter. Ehrlich? Ja. Aber ich bin doch, warum darf ich hier nicht drauf? Äh. 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 Mist. Oh Mann. Das ist richtig lächerlich nachgemacht. Eins, zwei. Ja, nicht mal eins, zwei. Sie sind voll kaka. Das ist halt, die haben das Konzept nachgearbeitet. Nein. Ach, Quatsch. Alles selten. Nee, also ich mein, Gomma hat das geklaut, natürlich. Hä? Dieser Befehl ist uns nicht bekannt. Sehr gut, jawohl. Wir kommen wieder zurück. Hä? Man kommt nicht mehr zurück. Können wir uns hier irgendwo in den Tod stürzen? Hier kann man sich auch in den Tod stürzen, ne? Ja, das würde ich machen. Nee, kann man nicht. Hä? Mit der Schub kommst du auch nicht zu. Nein, ich habe auch schon geguckt. Wir befinden sich bei... Man kommt nicht wieder zurück. Nein. Ah, hier. Nein, doch nicht. Was ist denn, wenn man sich der Shape eingibt? Kommt man... Oh, habe ich keine Pimmerspiel für. Ja, geil. Also... Hä? Ich habe mir eigentlich gedacht, lass uns doch noch irgendein Spielmodus zocken. Aber wir kommen ja nicht mehr weg. Wir kommen wirklich... Wir kommen einfach nicht mehr raus. Wir hätten ja noch eine Gun Game spielen können. Wir hätten ja bis hin Level 100 spielen können, aber... Ja, wir wollten ja auch, ne? Was sollen wir machen? Ja, geht ja nicht, ne? Also... Wow, also das hat jetzt schon echt... Return? Was kann man... Oh, keine Ahnung. Back? Äh? Warte mal, kann ich mal Slash-Hapen machen, um sich die Befehle anzugucken, wie man als User machen kann? Was ist das für eine Scheiße? Was kann man denn... Was gibt es denn nur auf Fermern, die man noch nutzen kann? Slash-Hub können wir nicht benutzen. Slash-Lobby auch nicht. Ich bring mich jetzt um. Slash-Spawn. Geht nicht. Slash-Spawn geht auch nicht. Ich habe auch keine Rechte für. Ja, geil. Ey, das kann doch nicht sein. Und dieses Warp-Schild draußen funktioniert nicht. Echt? Nein. Aber immerhin verliert man kein Essen. Guck, hier ist doch so ein Warp-Schild. Hab ich so viele davon. Neta oder Easy, aber die gehen nicht. Ja. Was hier? Coming soon, 0-0-0. Ich habe übrigens so langsam dieses dumme Gefühl, dass es ein 1-7-Server war, der einfach auf die 1-8 geknallt wurde, weil da steht ja überall 0-0 und so. Ich möchte... Ach man, das ist doch scheiße. Dass so ein Video enden muss, ist schon echt traurig. Ja, aber was sollen wir machen? Ich würde sagen, wir sind auch dann wirklich am Ende angelangt. Warte, ich habe noch eine Idee, ich habe noch eine Idee. Wenn ich disconnecte, dann nochmal draufjoine. Ja, dann müsstest du eigentlich wieder im Hub sein, aber das ist ja nicht der Sinn des Servers. Ja, ich bin wieder im Hub. Ja, toll. Gut, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Dieser Servers super duper mega toll. Wenn ihr das auch so seht, dann gebt sieben Daumen nach oben. Ja. Schaut bei Alex vorbei und dann sehen wir uns in einem neuen Video bald wieder. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.